Rathaus Wedel, Hochzeitsüberraschung zur standesamtlichen Hochzeit. 3, 2, 1, langsam anheben. Während das Brautbad im Standesamt vermeld wird, bereiten wir vor dem Standesamt alles vor. Der Rathausvorplatz bietet viele Möglichkeiten für einen Empfang. In traditioneller Weise mit Panoden und Stehttischen. Wenn Sie mögen, können wir auch Fingerfood mitbringen, leckere Schnittchen, süßes oder Laugengepäck. Spezialitäten aus Ihrer Heimat und das Ganze mit einem Gläschen Sekt oder Orangensaft. Circa 30 Meter neben dem Eingangsbereich gibt es auch die Möglichkeit ein paar Stehtische aufzustellen. Oder während der kalten Jahreszeit können wir natürlich auch einen Glühweinempfang vorbereiten. Und nun geht es mit der aktuellen Hochzeit weiter. Aufgrund von Corona können nicht alle Hochzeitsgäste mit ins Trauzimmer. Die Verwandten bereiten Spruchbänder vor, ein tolles Gefühl für das Brautbad mit so einem Jubel empfangen zu werden. Drei, zwei, eins, langsam anheben. Wir übergeben dem Brautpaar zwei Ballons für eine romantische Szene. Die Auflösung dieses merkenhaften Geheimnisses erfahren Sie, wenn Sie uns buchen. Drei, vier, zwei, eins, los! Mit Hallen verdammt, als wenn wir damals ein Händler oder ein Bikiball im Ballons mit dem Geheimnis starten können. Die Braut ist von der Symbolik so angetan, die Taube entgleitet ihr. Der Brautigam ist auf Zack und lässt die Sahne direkt hinterher fliegen. Die Brautigam ist heftig und stürmisch werden. Denkt an die Tauben, lasst euch von ihnen belehrt. Die Doms haben noch ein schönes Geschenk freigegeben. Das gleiche ich euch jetzt noch einmal vorbereiten. Unser V- und Taubenservice und die romantischen Herzständer werden ausgiebig genutzt, um schöne Familienfotos zu machen. Wir setzen euch in Szene, dass euer Fotograf solch einzigartige Fotos mit euch und euren Gästen machen kann. Entsprechend eurem Farbthema oder der Jahreszeit, je nachdem wie ihr möchtet, passen wir uns euren Wünschen, euren Vorgaben an. Auch in der Weihnachtszeit gibt es tolle Möglichkeiten, eine traumhafte Hochzeit mit uns zu gestalten. Und je nachdem wie viel Gäste Corona zulässt, sorgen wir dafür, dass ihr mit kleiner oder großer Hochzeitsgesellschaft einzigartige Fotos in Abstimmung mit eurem Fotografen bekommt. Wenn ihr noch zusätzliche Anregungen benötigt, könnt ihr auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorab noch informieren und dann schauen wir, welch schönes Paket wir für euch zusammenstrecken können. Die Nummer von mir wird gerade noch mal eingeblendet. Ruf mich an. Bis bald!